Seit über 40 Jahren fertigt Klingelmetalltechnik hochwertige Fräs- und Drehteile für den Treppen- und Geländerbau. Ob Glasvordach, Edelstahlpfosten oder Sonderbauten, wir sind der Spezialist für Edelstahlverarbeitung und CNC-Drehen und Fräsen. Bei uns bekommen Sie alles, was Sie für Ihren individuellen Treppengeländerbau benötigen. Vom Rändelstopfen bis zum kompletten Geländersystem, in Top-Qualität und zu moderaten Preisen. Besuchen Sie uns im Internet! Untertitelung des ZDF für funk, 2017